Decades have passed. Times have changed. And in a world full of nerds. Oh, ja, das ist der Stoff. Eindeutig gebraucht. Wir haben uns vorhin schon gefragt, welcher unserer Bärte beeindruckender ist. Was meinst du? Warte, ich will filmen, wie es dir schlecht geht. Hashtag fail. Ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ich werde ihn hochkantfeuern, auf Schadensersatz verklagen. Wir haben eine Mauer gebaut und Sie werden dafür bezahlen. Dann spuk mir doch einfach ins Maul, du Tier. Oh ja, gib mir Tiernamen. You can save the day. Larry? Bist du es wirklich? Join Larry Laffer on his never-ending quest for love. Unter 90 Punkten nehme ich keine Anfrage an. Ich muss mit möglichst vielen Frauen Sex haben, um an meine Traumfrau Faith ranzukommen. Unter uns gesagt, du siehst immer noch wie eine Jungfrau aus. The man in the white suit is back. Du bist als dieser schmierige Typ aus den Computerspielen aus den 80ern verkleidet. Ich nenne die Maschine Fakumatic Deluxe. OMG. Ich komm nicht klar, ey. Ich trinke nur noch Protein-Fake. The one and only Point and Dick Adventure. Aber da ist noch eine Sache. Hot and Trendy? Larry Laffer? Ich fasse es nicht.